Die Gewalt des Vollendeten Der Löwe, ihr Mönche, der König der Tiere, geht um die Abendzeit von seinem Lagerplatz. Ist er von seinem Lagerplatz gegangen, so gähnt er, blickt um sich nach vier Himmelsgegenden und erhebt dreimal sein Löwengebrüll. Hat er dreimal sein Brüllen erhoben, geht er auf Beute aus. Wenn nun die Tiere, ihr Mönche, den Löwen, den König der Tiere, brüllen hören, so werden sie in großer Zahl von Furchtschrecken, Zittern befallen. Die Höhlenbewohner gehen in ihre Höhlen, die Wassertiere ins Wasser, die Waldtiere in den Wald, die Vögel erheben sich in die Lüfte. Und des Königs Elefanten, ihr Mönche, die in Dörfern und Flecken und Königstätten mit festen Seilen angebunden sind, die zerreißen und zersprengen ihre Fesseln. Und voll Furcht, Urin und Kot von sich lassend, fliehen sie hierhin und dorthin. So hochmächtig, ihr Mönche, ist der Löwe, der König der Tiere, über allem Getier von so hoher Gewalt und Majestät. So ist es nun auch, ihr Mönche, wenn in der Welt ein Vollendeter erscheint, ein erhabener, höchster Buddha, begabt mit Wissen und rechtem Tun, ein Wohlwandelnder, ein Welterkenner, ein Höchster, der ungebändigten Bändiger und Lenker, der Götter und Menschenlehrer, ein erhabener Buddha. Er verkündet die Lehre, dies ist die Körperlichkeit, dies der Körperlichkeit Entstehung, dies der Körperlichkeit Aufhebung. Dies sind die Empfindungen, die Vorstellungen, die Gestaltungen, das Erkennen, dies des Erkennens Entstehung, dies des Erkennens Aufhebung. So hochmächtig, ihr Mönche, ist der Vollendete über der Welt von so hoher Gewalt und Majestät. So sprach der Erhabene.